Jo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Freut mich dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen. Ich hoffe euch geht es allen gut. Trotz des Corona Virus. Ja es ist Freitagabend. Es ist Wochenende. Es ist Corona Zeit. Und ich habe mega Bock ein zu zocken. Ich habe auch ein gutes Gefühl Leute. Wir gehen direkt rein und wünscht mir Glück. Ich hoffe auf den Big Wind. Ich hoffe auf Freispiele und los geht's. So wir gehen direkt rein. 100 Euro auf dem Tacho. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich habe Bock auf Doom Offer. So. Mal schnuppern wieder. 50 Cent. Und auf geht's. So. Wie gesagt. Ich hoffe auf Freispiele. Ich hoffe auf den Big Wind. Ich hoffe dass wir Plus gehen. Und ja. Trotz des Corona Virus zocken wir. Ich meine Online Casino ist dafür jetzt ideal geeignet. Ich will jetzt hier keinen zum Zocken animieren. Ganz im Gegenteil. Aber. Wo willst du sonst heutzutage noch zocken? In der Stadt. Spielotheken haben alle zu. Spielhallen haben alle zu. Ich glaube die machen den Umsatz. Des Lebens. In den nächsten Monaten. Die ganzen Online. Dinger. Nö. Komm. Wir brauchen dreimal Käfer. Dreimal hier als Garabeo. Kommt bis jetzt noch gar nichts. Die ersten 15 Euro sind gleich weg. Nicht mal ein Sweat. Aber chillige Musik. Entspannte Musik. Kommt jetzt gönn doch. Gönn. Ist eh nur eine Frage der Zeit. Wann die Ausgangssperre hier in Deutschland vollzogen wird. Ich habe gehört in manchen Bundesländern. Unter anderem. Ah man. Zwei Fälter nach unten. Du Hund. In manchen Bundesländern. Unter anderem Bayern. Ist die Ausgangssperre ja jetzt. Schon in Kraft getreten. Mal gucken wie lange das dauert. Bis sie bei mir. Hier in der Umgebung ist. Aber erstmal will ich jetzt frei spielen. Aber der schluckt aber richtig. Der macht dir gar keine Anzeichen. Dass der Bock auf Freispiele hat. Und nicht ein Sweat. Noch gar nichts. Nur überhaupt nichts. Die ersten 25 Euro sind weg. Und wir spielen schon. Boah. Wir spielen schon 3 Minuten. Leck. Gormio. Oh man. Wird es mich wieder verarschen. Was ist das wieder für. Was ist das denn? Nein. Da wollen die schon wieder Geld von mir. Eben erst eingezahlt. Und jetzt soll ich nochmal zur Kasse. Ah. Ich komm raus hier. Ah. Die ersten 30 Euro waren so schnell weg. Nicht ein Sweat. Nicht irgendwas. Höchster gewinnt 50 Cent. Wen willst du verarschen? Ah. Der macht gar keine Anzeichen. Oh. Bitte ey. Bitte raus hier. Raus. Pro ein anderes Spiel ey. Dann gehen wir Legacy auf. Ägypt. Vielleicht gönnt er da. Ist ja quasi der Bruder von dem. Davorigen Spiel. Und ja. Hier brauchen wir 3 Pyramiden. Hier geht auch nur 60 Cent. Kein 50 Cent. Okay. 60 Cent. Komm. Jetzt will ich aber Freispiele sehen. Ich sehe. Ich ahne schon Böses. Komm auf. Komm. Komm. Auf jetzt. Komm. Immerhin der Sweat. Immerhin der Sweat. Dritte Pyramide. Auf. Komm. Immerhin mein Sweat. Hatten wir bei dem anderen Spiel. Gar nicht. Aber ein Sweat bringt im Endeffekt an. Halt auch. Gar nichts. Komm noch ein. Mann. Jetzt aber. Komm. Ich bin in letzter Zeit wirklich ungeduldig mit mir selbst. Was Freispiele angeht. Mann. Nö. 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 die ersten 50 euro sind gleich schon weg ich würde schon mal dran erinnern und wie dann sollten wir hier noch nicht lange noch nicht lange und die ersten 50 euro sind weg nicht nur das koronavirus ist momentan da sind sie ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt was für 50 euro sind weg das klettert mir wieder auf 100 euro und dann geht es noch höher 20 freispiele kommt 1 daneben aber neun ist okay mein freispiel ist okay so wir brauchen weitere pyramiden in den freispielen zwei langen zwei reichen da kriegen wir zusätzliche freispiele komm Pyramide 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 du Hund komm Pyramide jetzt mach keine Faxen er macht Faxen er macht Faxen oh man wär schön gewesen im ersten in der ersten Umdrehung Mann komm komm Pyramide 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 ach du Hund 9 Euro erst komm Pyramide 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 das gibt es doch nicht Alter komm Pyramide es wird wieder nichts Pyramide 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 Py ist in dem Spiel sehr leichte Verlängerung zu bekommen, weil man halt nur zwei Pyramiden braucht. Komm! Gib die dritte jetzt! Ja, jetzt kommen zwei. Jetzt fehlt eine. Oh. Oh. Dumm, 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 dumm. Komm, dritte Pyramide. Gib Nachschmiss direkt. Komm, nochmal. Freispiele, ey. Komm, dritte Pyramide. Komm! Bitte. Jawohl. Da sind wir nochmal drin. Ich hoffe, diesmal lässt er uns nicht im Stich. Komm, jetzt haben wir die 20. 20 Freispiele und auf geht's. Vier Freispiele. Vier Freispiele. Schlechter ging's nicht, oder? Schlechter als vier ging's nicht, oder? Ach du Scheiße. Pyramide. Oh, in dem letzten noch. Verlängerung. Komm, acht. Gib acht. Acht, 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 acht. Sieben ist gut. Und jetzt haben wir sieben Spiele mit Multiplikator mal fünf. Ist gut. Jetzt musst du nur ein Bild kommen. Jetzt musst du ein Bild kommen. Und Pyramiden am besten. Komm. Gönn. Komm, gönn. Pyramide. Ach, Hund. Jetzt aber Pyramide. Komm, Baby. Baby. Oh, Mann. Komm. Ach, du Hund. Noch nicht ein Bild, ey. Wow. Dreimal, äh, viermal. Ah, jawohl. Komm. Alter, was ist das denn schon wieder? Oh. Letztes Freispiel. 9,50 Euro. Was ist das? Leg mich am Arsch, ey. Coronavirus hat auch hier offiziell jetzt die Online-Casinos betroffen. Da ist doch die Seuche, ey. 12 Euro, 9 Euro auf 60 Cent. Ey, wen wollen die verarschen? Yum, 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 ey. Leggo mir. Bis 50 Euro bleibe ich hier drin. Vielleicht kommen nochmal die Freispiele. Wer auf jeden Fall verdient. Zweimal Freispiele gesehen. Zweimal absolute Rotze. Von daher, wer ein drittes Mal mit besseren Freispielen verdient, oder? Ja. Ja. Ja, Mann. Oh, was hat denn dann? Was hat der denn? Er dreht sich tot. Die Daten übertragen uns. Ja, bitte warten. Ist überlastet. Hier zocken sie jetzt alle. Hier zocken sie alle. Coronavirus. Schon. Bleibt jeder zu Hause und jeder. Ja, ballert. Casinos. Ah, ja. Was ist das hier für ein gebrauchter Freitag, Leute? Was ist das? So, ich glaube, das war ein Zeichen. Wir gehen ins nächste Spiel rein. Legacy of Death. Legacy of Death. Mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. 53 Euro noch. 40 Cent und auf geht's. Oh. Komm. Also eben die Freispiele, die waren wieder. Ohne Worte. Ohne Worte. Komm. Komm. Mann. Also hier will ich auf jeden Fall auch nochmal die Freispiele sehen. Der macht mir den Fahrer ohne da rum. Der zeigt mir die jetzt schon so oft da. Schon wieder zweimal, dreimal im Bild. Die Brauche ich. Wenn ich gleich Freispiele wieder dreimal. Wenn ich gleich Freispiele habe, brauche ich die. Auf jeden Fall. Und dann kommen sie wahrscheinlich nicht. Ich liebe die Musik. Aber ich liebe noch mehr die Freispiele. Schwere Zeiten, schwere Zeiten. Corona-Krise und keine Freispiele und so. Oh Mann, du Hund. Da ist der Hund. Nein, kein schnellen Spielmodus. Komm jetzt. Der verarscht mich. Der verarscht mich. Miese Prise, miese Prise. Komm jetzt. Dreimal Säule. Oh komm, dicker. Die ganzen Ägypten-Spiele da. Ägypten-Spiele. Die mögen mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich ihnen angetan habe. Ich fliege nie wieder nach Ägypten. Ohne Witz. Was soll die Scheiße? Dicke, also hier ist er wirklich. Miese Prise, ey, wirklich. Bis 30 und dann nochmal Spiel wechseln. Was ist das für ein Abfuck? Ja, gut. Hier kommt gar nichts, ey. Oh, mal 5 Jots. Wow. 3,20 Euro höchster Gewinn bei dem Spiel jetzt. Ich kippe mir nur einfach dreimal Säule, Mann. Ah, das gibt es nicht, ey. Hier auf jeden Fall kein Ägypten-Spiel mehr, ey. Ägypten-Spiel sind erst mal vorbei. Hey, so der Witz des Jahres, ey. Lächerlich. Und raus. Lächerlich, ey. So, von Ägypten fliegen wir jetzt weiter nach Brasilien. Ich hoffe, da sind die Automaten ein bisschen, wie soll man sagen, ja, nicht so geizig. Traumelwirbel, Batsch. Und 40 Cent. Die letzten 30 Euro und auf geht's. Ach, das war das Spiel. Komm, erfahrungsgemäß auch sehr schwer Freispiele. Ich suche mir auch heute wirklich die... Die Spiele sind gut. Aber heute ist wieder der Geier-Modus bei den... Der, äh, Slot-Maschine. Richtiger Geier-Modus, äh, richtiger Geier-Modus. Die US-Spins. Die können nur auf 1, 3 und 5 kommen. Erst mal gucken. Erst mal wieder ein bisschen drinbleiben. Aber wir können nicht mehr lang gucken. Ich hab nur 30 Euro. In der Mitte hat gefehlt. Also heute wieder ein richtig... Richtig enttäuschender Abend. Was Freispiel und so angeht. Ganz enttäuschend. RIO-Spins. Ah, die kommen nicht, Alter. Ja, das ist... Geht genauso viel wie hier in Ägypten. Ach, du Scheiße. Ja, warum machen die überhaupt so ein Sweat-Geräusch, wenn eh keine Freispiele mehr kommen können, weil auf der ersten Walze schon keine Wii U-Spins da sind. Jetzt, komm, komm. Brudermann. Was ist das hier wieder? Ganz miserabel. Wirklich ganz enttäuschend. Ganz, ganz enttäuschend. Und der scheiß Papagei da, der geht mir auch auf den Sack. Dicker. Er kommt hier gar nicht... Er trägst Papagei da, der kommt nie in eine Verbindung, ey. Guck ihn dir an. Oh, oh, noch schlimmer als Ägypten. Noch schlimmer als Ägypten. Hier ist wirklich richtig Corona-Virus online. Mal zwei, mal drei. Komm, geh hoch. Mal drei. Jetzt voll mit Papagei. Für den nächsten... ...win. Komm, mal drei. Nochmal. Komm. Komm, geh hoch. Okay, mal sechs. Hä? Also, okay. Ach, nö. Ach, du. Willst du mich komplett verarschen? Jawohl. Jawohl. Ein 16-Cent-Bild kommt dann, wenn ich mal fünf hab. Ja. Willst du die Leute verarschen? Wären 25 Euro gewesen, besser als 80 Cent. Wäre das einmal früher gekommen, ein bisschen. Jetzt wird langsam warm, oder was? 2,16 Euro. Ach, du Scheiße. Mann, ey. Wieder pure Verarsche. Merk dir, gell. Der Papagei geht mir richtig auf den Sack. Dinger Spins, komm. Guck, er gibt nie eine Verbindung. Der Scheiß-Vogel. Nee, ich kann den Papagei dann nicht mehr sehen. Raus hier. So, mit den letzten 20 Euro. Doghouse, habe ich auch oft in den Kommentaren gelesen. Deswegen gehe ich da jetzt noch mit den letzten 20 Euro rein. Ich. Was ist das denn? Genau. So könnt ihr meine Fresse jetzt vorstellen. Wie hier das Ding sein soll. Ach, du Scheiße. Was ist das wieder für ein Tag? So, jetzt geht's. So, jetzt will ich aber auch hier dreimal Foto sehen. 50 Cent. Letzten 20 Euro und auf. Komm. Oh. De, 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 de. Oh. Dreimal so eine Hunde hört und dann nur K. Schade, dass da nicht so ein Hund oder so mal davor war. Aber, okay. Doka ist schon mal besser als Brasilien-Game. Halb Euro. Hier der Fette und der hätte vorne kommen müssen. Ganz, ganz korrekte Musik. Daisy. Hier ist Frodo. Der Dackel ist Frodo. Hier ist Daisy. Komm, wo bleiben die Hunde-Tazen? Kann auch nur auf 1, 3 und 5 kommen, das ist das Freispiel-Symbol. Komm! Komm, liebe Hundis. Komm! 3 mal Bonus. Einfach nur 3 mal die Hunde-Pfote, bitte. 3 mal Hunde-Pfote, bitte. Ägypten war Müll. Brasilien war absoluter Schrott. Jetzt will ich wenigstens hier mit den Hunden ein Erfolgserlebnis haben. Oh, Mann, ey. Ich gebe nicht mal einen Sweat. Ich bin froh, du alles gut. Ja, jetzt, komm. Der erste Sweat muss drin sein, komm. Vorbeigerutscht. Mann. Das gibt es nicht. Der Zuhörm gewesen, direkt drin. Beim ersten Sweat. Jetzt aber. Dann, ich gebe das nicht. Ach, du Hund. Passt der Ausdruck bei dem Spiel auf jeden Fall. jetzt kommt der natürlich hinten und in der mitte fährt der der klassiker der klassiker jetzt aber kommt von der foto 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 auf wobei gerutscht man zeigt uns aber oft ins wet 94 15 euro noch es darf nicht wahr sein komm bitte noch einmal freispiele gibt einfach freispiele die letzten zehn euro was ist das wieder absoluter müllhaufen es soll nicht sein es soll einfach nicht sein ich will doch nur freispiele sehen sein wir heute wieder nicht gegönnt ich habe kein corona virus aber das virus keine freispiele virus das habe ich also wirklich schon lächerlich wieder so lächerlich absolute frechheit froh du so jetzt kommt jetzt dreimal foto und wir sind alle glücklich danke corona virus danke ohne corona virus irgendwo anders jetzt aber nicht hier am zocken danke witz so ein witz naja er sollte nicht sein vielleicht beim nächsten mal bleibt gesund passt auf euch auf und bis dann abonniert gerne den kanal hinterlasst gerne einen daumen nach oben dann hinterlasst gerne einen kommentar und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschau